Nach den verheerenden Unwettern in Libyen haben Helfer allein in der Stadt Darna mindestens 1000 Tote geborgen. Das teilte der libysche Rote Halbmond an diesen Dienstag mit. Die Zahl der Toten dürfte auf mehrere tausend zunehmen. Der Ministerpräsident der Regierung im Osten Libyens, Osama Hamad, hatte zuvor erklärt, man rechne alleine in Darna mit mehr als 2000 Toten, wo Überschwemmungen nach Sturm Daniel zwei Dämme zum Bersten brachten und ganze Stadtteile wegschwemmten. Auch der libysche Luftfahrtminister bezeichnete die Zahl der Toten als wirklich, wirklich hoch. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 25% der Stadt verschwunden sind. Die Lage in der Stadt war nach Angaben des Gemeinderates außer Kontrolle. Bewohner von Darna posteten im Internet Videos von der gewaltigen Zerstörung. Am Ufer des Flusses Wadi Darna wurden ganze Wohnblocks weggerissen. Mehrstöckige Häuser, die zuvor in deutlichem Abstand zu Fluss gestanden hatten, waren teilweise eingestürzt und unter einer Schlammschicht begraben. Rund 50 weitere Tote wurden aus der Stadt Al-Baida gemeldet, wie das grösste örtliche Krankenhaus mitteilte. Die Klinik wurde ebenfalls überschwemmt und musste evakuiert werden. Aus den Städten Susa, Marj und Schahat wurden ebenfalls Tote und Zerstörung gemeldet. Die Türkei organisierte inzwischen die Entsendung von Rettungskräften. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Erdogan auf der Online-Plattform X mit. In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem ölreichen Staat ringen bis heute zahlreiche Milizen um Einfluss. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen mit jeweils einem Sitz im Osten und Westen um die Macht. Alle diplomatischen Bemühungen, den Konflikt friedlich beizulegen, scheiterten bisher. Rettungsmaßnahmen gestalten sich nach Angaben des Notfalldienstes zum Teil schwierig. Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen, Strom- und Internetverbindungen seien unterbrochen. Die betroffenen Regionen wurden zu Katastrophengebieten erklärt. Vielen Dank. Vielen Dank.